Hallo Internet und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play The Neverhood. Eine Sache ist mir noch eingefallen, als ich hier jetzt gerade lang gefahren bin. Wir sollten noch einmal zurück zu der Stelle fahren. Ja, ich weiß, es ist viel Weg. Aber wir sollten noch einmal zu der Stelle fahren, wo ich vorhin dieses Messgerät da gesehen habe. Denn ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass man damit interagieren können sollte. Und vielleicht habe ich gerade einfach nur nicht den richtigen Punkt gefunden oder nicht die richtige Stelle gefunden, auf die ich klicken muss. Und ich möchte es jetzt einfach nur ausschließen, also mir sicher sein, dass ich jetzt nichts vorbeilaufe. Ah, wir sind ja gleich schon da. Also dieser Weg, der ist ja deutlich kürzer als diese anderen Wege, die wir da gefahren sind. Ab nach oben und da sind wir. Das Einzige, was mir jetzt auffällt, ist, dass sich hier die Melodie geändert hat. Also gehen wir noch einmal nach unten. Und wir hören, da haben wir diese Pfeifmelodie im Hintergrund. Und wenn wir hier oben sind, da haben wir dieses Diese Melodie, die sollten wir uns vielleicht mal merken, denn ich glaube, die wird gleich noch deutlich an Relevanz gewinnen, Wenn wir ins nächste Gebiet gehen. Also gut, dass wir nochmal zurückgefahren sind und hier auf Nummer sicher gegangen sind. Ah, den Weg haben wir auch gleich hinter uns gebracht. Und dann habt ihr auch diese relativ langweilige Passage hier überwunden. Also ab nach unten und das war's. Na, Clayman, möchtest du aussteigen? Dankeschön. Wir schauen uns hier also weiter um. Nein, zu diesem gefährlichen Loch ohne Boden möchten wir nicht, sondern wir möchten hier nach links gehen und uns weiter in dieser Schlucht umschauen. Da haben wir zwei Gebäude. Nachdem wir das Wasser abgelassen haben, können wir also diese beiden Gebäude hier betreten. Und zwar einmal dieses Gebäude mit dem Sender auf dem Kopf und einmal das hier, was so ein bisschen aussieht wie ein Hut. Gehen wir aber erst einmal zu dem Sendergebäude hin. Das ist für mich das deutlich Interessantere. Und schauen uns in dem gelben Sendergebäude um. Und vor allen Dingen schauen wir uns erst einmal an, was wir überhaupt für ein Gebäude haben. Wir haben hier ein Radio stehen, das ist sehr auffällig. Und eine Öffnung oben und hier in der Wand. Damit können wir aber anscheinend nicht interagieren. Oh, wir haben eine neue Kassette hier auf dem Boden. Die nehmen wir natürlich mit. Das war die neunte Kassette. Bald haben wir schon die Hälfte der Kassetten eingesammelt. Ja, interagieren wir doch einfach mal mit dem Radio hier hinten in der Ecke. Aha, hier haben wir also so eine Art Scheibe. Bicke ich doch einfach mal drauf. Und wenn wir die Scheibe drücken, dann können wir das Radiosignal hier ändern. Haben wir auch gerade in der Zwischensequenz gesehen. Und wir hören dann verschiedene Melodien. Und nicht nur das. Auch so verschiedene Soundeffekte. Und ihr könnt vermutlich schon raten, was wir hier suchen. Wir suchen natürlich die Melodie, die wir vorhin auf unserer kleinen Bergfahrt gehört haben. Ah, das war sie nicht. Oh, das hier ist sie, glaube ich, auch nicht. Auch das hört sich nicht richtig an. Oh, auch nicht schlecht, aber die möchte ich auch nicht haben. Hm, sehr funkige Melodie, aber wieder nicht die richtige. Noch funkigere Melodie, aber auch nicht die richtige. Ah, die erst recht nicht. Die hört sich doch gut an. Ähm, ich glaube, das war die Melodie, die wir da oben gehört haben. Lassen wir das Radio also mal auf diesem Kanal stehen und drehen uns um. Und wir sehen, das hat dazu geführt, dass sich hier diese Tür geöffnet hat. Also gehen wir mal durch diese Tür hier durch. Schauen uns mal den nächsten Raum an. Was haben wir hier? So eine Art Glaskanister. Oder eine Glaskuppel oder was auch immer. Und hier haben wir eine Schnur. Ja, gehen wir doch einfach erstmal hier runter und schauen uns ein bisschen im Raum rum. Ich würde sagen, wir tippen erstmal die Schnur an. Die bietet sich ja an, beziehungsweise die hängt hier so offensichtlich rum, dass wir die doch einfach mal ziehen müssen. Das hat funktioniert. Wir haben also das Licht hier angeschaltet. Sehr, sehr praktisch. Hier vorne haben wir also diese Glaskuppel, die so eierförmig ist. Und ja, schauen wir uns die mal als erstes an. Clemen kann anscheinend da reinsteigen. Und hier haben wir verschiedene Kristalle. Drücken wir einfach mal hier die Knöpfe durch. Und wenn wir die Knöpfe drücken, dann bewegen sich diese Kristalle anscheinend. Und wenn wir den roten Knopf drücken, dann wird hier Licht anscheinend durchgeworfen. Ja, das Licht geht zumindest kurz an und aus. Also ihr seht es ja hier schon an der Seite. Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, was wir hier mit diesen Schaltern machen müssen. Vielleicht gehen wir einfach erst mal noch zurück. Ah, wo ist denn der Zurück-Knopf? Da vorne. Und schauen uns doch nochmal hier im Raum um. Vielleicht finden wir ja irgendeinen Hinweis, was wir mit den Kristallen und dem Licht machen müssen. Hier haben wir Bobby stehen. B-O-B-B-Y. Und hier unten hatten wir, glaube ich, auch noch was, was vorhin geleuchtet hat, als das Licht noch aus war. Machen wir das Licht vielleicht einfach erst mal aus. Und schauen uns hier nochmal um. Also hier können wir auf jeden Fall was Neues anklicken anscheinend. Nee, können wir nicht. Hier hat sich auf jeden Fall irgendein Objekt angeschaltet. Aber wir können trotzdem nicht damit interagieren. Gehen wir mal bei Dunkelheit hier rein. Hat sich da was verändert? Wir können immer noch diese Schalter hier drücken. Ah, aha. Jetzt wird hier anscheinend ein Laser durchgeworfen. Achten wir nochmal da drauf. Und diese Steine, die haben unterschiedliche Farben bekommen. Lila, Grün, Grün. Orange, Lila. Drücken wir mal einen von den Schaltern und schauen, was sich hier verändert. Jetzt hat sich die Farbe von dem Kristall verändert. Machen wir das einfach nochmal. Das ist ja orange. Jetzt ist er gelb. Also wir können hier auf jeden Fall durch ein größeres Portfolio an Farben durchschalten. Grün. Ah, was bleibt noch übrig? Ich glaube, Blau hatten wir noch nicht. Ja, tatsächlich. Und der Kristall ist blau. Und wir erinnern uns, wir hatten ja draußen an der Maschine Bobby stehen. Und ja, für was für Farben könnte das stehen? B natürlich für Blau, also Blue. O für Orange. B und B für Blau. Und Y für Gelb. Das heißt, die Kristalle müssen hier Blau-Orange, Blau-Blau-Gelb aufleuchten, um weiterzukommen. Schauen wir also mal. Der Erste hat ja schon mal die richtige Farbe. Blau. Die beiden hier müssen Orange und Blau sein. Drücken wir so einfach erstmal beide. Ah, die sind jetzt beide Blau. Ach, aber das Spiel mal so oft, dass wir die richtigen Farben hier haben. Ey, Lila wollte ich auch nicht. Ah, jetzt haben wir ein Rot. Jetzt haben wir ein Orange. Also Blau-Orange stimmt schon mal. Jetzt brauchen wir Blau-Blau. Bei diesen beiden. Oh, Gelb sind sie jetzt aktuell beide. Jetzt sind sie Grün. Schauen wir mal weiter. Jetzt sind sie Blau. Also Blau-Orange-Blau-Blau stimmt schon mal. Und jetzt muss nur noch der letzte Gelb sein. Und dann haben wir es geschafft. Ah, Rot ist er aktuell. Auf jeden Fall ein wunderschöner Laserstrahl, der sich hier ergibt. Aber leider noch nicht genau den, den wir brauchen, um das Rätsel hier zu lösen. Und da ist es Gelb. Oh, und Clayman wird von dem Strahl getroffen und schrumpft. Gut, jetzt haben wir einen Mini-Clayman. Ei, 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 ei. Was können wir denn jetzt hier machen? Vielleicht können wir jetzt hier vorne mit interagieren. Tatsächlich. Und hier haben wir drei Zapfanlagen. Die handeln uns ja an die Reagenzgläser von vorhin. Die schauen wir uns jetzt aber aktuell nicht an, sondern wir gehen erst einmal rechts in das Mauseloch. Schauen mal. Ah, jetzt sind wir hier oben rausgekommen. Ob wir hier irgendwo nach oben laufen können? Ja, können wir anscheinend. Ah, jetzt laufen wir also quasi hier hinten lang. Und wir gehen erst einmal zu diesem leuchtenden Objekt hier vorne. Und da sind wir in einer Art Halle angekommen. Und da vorne liegt doch, glaube ich, ein Tape bzw. eine Kassette. Die können wir nur leider nicht einsammeln, weil wir leider, leider, leider zu klein sind. Ach, der arme kleine Clayman. Hier sind noch mehr Reagenzgläser. Und hier fangen wir doch einfach mal an, das Gebräu nachzumischen, was wir vorhin auf unserer Fahrt an dem Berg entlang gesehen haben. Also wir haben gesehen, das Blaue war nur ganz leicht gefüllt. Also bis hier. Und die hier waren bis oben hin gefüllt. Sieht ja nicht schlecht aus. Und dann zapfen wir das Getränk doch einfach mal. Tatsächlich, er hat's und er trinkt es. Und, oh Gott. Sieht das süß aus. Er findet's nicht ganz so lecker, glaube ich. Hm, das hat also nicht funktioniert. Habe ich mich vertan mit der Menge hier. Schauen wir nochmal hier rein. Also, ich weiß auf jeden Fall noch, dass die blaue Menge die geringste war. Also die war so ungefähr gefüllt. Vielleicht waren die hier nicht ganz voll, sondern nur bis zur Hälfte voll. Das könnte ich mir noch vorstellen. Da haben wir wieder diesen süßen Effekt. Aber nein, er spuckt es wieder aus. Hm, und nichts passiert. Überlegen wir also mal, welche Menge hier tatsächlich richtig sein könnte. Ich muss nochmal kurz nachdenken. Das Einzige, wo ich mir noch einen Denkfehler vorstellen könnte, wäre vielleicht bei dem grünen hier. Es könnte sein, dass das noch voller war. Nee, das ist schon zu voll. So voll meinte ich jetzt auch nicht, sondern nur einen Ticken voller eigentlich. Also kippen wir es nochmal aus und lassen Clayman nochmal diese Ekelbrühe hier trinken. Das ist so eine süße Animation. Das sieht so niedlich aus. Ach, Clayman. Unser neuer Freund, der Clayman. Also so voll meinte ich jetzt natürlich nicht, sondern ich meinte etwas voller. Also ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass das Blaue bis hier ging und das Grüne vielleicht etwas über dem Strich noch war. Probieren wir es also mal so aus. Und das Rote genau bis zum Strich. Vielleicht funktioniert das ja. Zumindest trinkt unser junger Freund das. Und diesmal hat er keine komischen Effekte gehabt. Und tatsächlich, das war's. Clayman hat die Suppe getrunken und wächst anscheinend wieder auf normale Körpergröße heran. Und wir können uns das nächste Band, nämlich die zehnte Kassette, nehmen. Schön. Was haben wir als nächstes? Wir können uns hier mal ein bisschen im Raum umgucken. Vielleicht können wir diese Figuren da hinten anklicken. Sehr, sehr schön. Eine Figur von diesem König. Den haben wir ja auch schon gesehen, als wir bei diesen Wandzeichnungen entlang gelaufen sind. Gehen wir erstmal wieder zurück. Wo ist der Zurückknopf? Da. Hier noch irgendwo hinklicken. Ja, da haben wir noch mehr Figuren. Schauen wir einfach mal alle Figuren hier durch, die wir an der Wand haben. Da hatten wir gerade doch schon. Kann man dazwischen diese Säulen hier noch klicken? Ah, irgendeine Statue wird uns doch hier einen Hinweis geben, wie wir diesen Raum wieder verlassen können. Denn wir sind ja aktuell leider zu groß, um aus dieser Tür wieder rauszukommen. Da kann er leider nicht mehr durchgehen. Da auch nicht. Ich meine, es wäre irgendwo auf der rechten Seite auf jeden Fall. Also irgendwo muss es hier eigentlich eine Möglichkeit geben, den Raum wieder zu verlassen. Aber wo ist das? Klicken wir mal ganz umsichtig hier überall entlang. Einen Schalter oder ähnliches sehen wir jetzt nicht hier. Doch, da haben wir einen Schalter. Oder eine Figur mit einem Schalter. Und den drücken wir doch einfach auch mal. Und schon haben wir hier oben eine sehr, sehr, sehr unauffällig platzierte Leiter. Und ich würde vorschlagen, wir gehen doch einfach mal nach oben. Klamin hat es geschafft. Und wir sind also oben angekommen. Und da haben wir nicht nur die elfte Kassette, die hier einfach so auf dem Boden liegt. Wir haben hier auch wieder einen Fernseher. Und da legen wir natürlich unsere ganzen Tapes erst einmal ein. Diesmal haben wir ja wirklich richtig viele Tapes gesammelt. Wir kommen hier in voller Montur raus. Und wie viele haben wir? Habe ich richtig gezählt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Wir haben tatsächlich alle elf Tapes zusammen, die ich auch gerade gezählt habe. Also neun Stück fehlen uns noch. Können wir hier mit der Bodenplatte vielleicht interagieren? Nö, anscheinend nicht. Aber da oben an den Ringen können wir doch sicher dran. Oh! Da können wir uns also wieder runterlassen. Ha! Sehr, sehr interessant. Aber da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Ich wollte eigentlich oben bleiben. Also verwandeln wir uns noch mal in den Mini-Clayman und laufen wir doch einfach noch einmal diesen Weg hier entlang nach oben. Und schon sind wir wieder klein. Wie wir die Suppe mischen, wissen wir jetzt. Also damit kennen wir uns ja besser aus als jeder andere auf diesem Planeten. Diesmal geht der Weg auch ein bisschen schneller, weil wir wissen, wo wir hinklicken müssen. Also zurück zur Bar. Wieder einen köstlichen Drink gemischt. Mit dem richtigen Mischverhältnis, was wir jetzt hier auch in- und auswendig kennen. Und schon sollte Clayman wieder auf seine Originalgröße zurückkommen. Ah, er verstaut das Glas natürlich. Wie sollte es auch sonst sein? Und ja, er geht zur Seite und wächst wieder. Unser guter alter Freund. Oh, wie schön. Und wir sind wieder groß und könnten wieder die Treppe nach oben gehen. Wir wissen jetzt also, dass wir mit diesem Ring, der an der Decke hängt, wieder nach unten kommen. Aber das möchten wir jetzt gar nicht. Wir möchten uns viel lieber oben weiter umsehen, nämlich hier in dem Gebiet draußen. Schauen wir mal. Und hier haben wir eine Apparatur, die hier rumsteht. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal in die Apparatur rein. Viele Möglichkeiten haben wir ja gar nicht. Oh, und er setzt sich. Ja, ich würde sagen, wir drücken auf den roten Knopf und schauen mal, was passiert. Oh, Nagel. Sieht auf jeden Fall aus wie so eine Art Nagel. Das hier sieht auch aus wie eine Art Kehrblech. Das sieht aus wie eine Kaulquappe. Das hier sieht aus wie ein Hirtenstab. Das hier sieht aus wie ein Schal. Und das hier sieht aus wie eine Peitsche. Ja, drücken wir doch einfach mal auf diesen Knopf hier. Und dann auf den großen und schauen wir einfach mal, was passiert. Oh, wir haben uns teleportiert. Boah, das scheint also eine Art Teleporter zu sein. Steigen wir also hier mal aus und schauen uns ein bisschen in der Gegend um. Ach, da können wir runterschauen. Aha. Und dann las, da kann ich nochmal aus. Also, wir gehen an. Und dann, czy das ist. Oh, das ist das. Und dann schau. Suck mir die Rockmusik. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und liebe Freunde, mit dieser epischen Zwischensequenz haben wir also einen Nagel aus einer Kette hier oben raus entfernt, was dazu geführt hat, dass wir nicht nur einen Feind getroffen haben, der da unten in diesem Schloss wohnt, nein, wir haben auch die Welt, in der wir wohnen und in der wir uns schon hin und her bewegt haben, wieder zu einem einzelnen Teil zusammengefügt. Die war also offensichtlich ausgeklappt. Und das ist natürlich sehr, sehr witzig gemacht, also sehr, sehr schön gemacht, diese Stelle. Ja, und wir werden uns jetzt hier weiter umschauen und uns wieder zurück in den Teleporter begeben, aber nicht mehr in diesem Part, sondern im nächsten. Ich hoffe, ihr hattet bis hierhin Spaß und es hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen. So oder so, wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut, euer Huxel. Ciao.